Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Chekos Backstube. Wir schauen uns heute zusammen an, wie wir den schlechtesten Vanillekuchen der Welt zusammen machen. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Wir beginnen zuerst mal mit etwas Mehl. Das kommt schon mal in eine Schüssel. Dann kommt noch etwas Backpulver hinein, noch etwas Vanillezucker, noch etwas Vanillesirup bzw. Vanilleessenz und zwar eine ganze Menge, denn das sollte ja auch ein Vanillekuchen werden. Noch etwas Milch und noch etwas Öl. Das ist dann auch schon der erste Fehler. Bitte nehmt kein Olivenöl, das schmeckt zu stark, nehmt etwas anderes Öl und am besten ihr lasst das Öl komplett weg und ersetzt es durch Butter. Denn das Öl hat den Kuchen so schwer und pampig gemacht, damit es überhaupt nichts geworden ist. Das seht ihr aber später noch. Dann kam hier noch etwas warmes Wasser hinein und dann ging es auch schon ab in die Küchenmaschine zum Verkneten bzw. Vermixen. Wenn der Teig schön gleichmäßig ist, schaut das ungefähr so aus. Man sieht es hier schon. Wunderbar. Denkt man sich erstmal nichts Böses. Dann habe ich hier noch eine Springform. Circa 20 cm Durchmesser. Die fette ich hier mal gut ein. Dann gebe ich auch gleich schon den ganzen Teig hinein. Einfach schön hineinlaufen lassen. Der ist hier relativ flüssig. Dann kommen hier noch ein paar Mandelblättchen darüber. Schön großzügig verteilen. Und jetzt ist der Kuchen auch schon bereit für den Ofen. Diesen habe ich gut vorgeheizt auf 180 Grad. Ober- und Unterhitze. Und er bäckt dafür so ca. 40 Minuten. Und nach ungefähr 20 Minuten habe ich ihn mal abgedeckt, damit die Mandeln nicht zu braun werden. Ich sehe das Ganze hier. Ich decke immer mit so einer Backfolie ab. Die entnehme ich auch gleich mal. Und dann können wir den Kuchen auch schon rausnehmen. Der kommt jetzt erstmal auf die Arbeitsfläche. Kann da etwas abkühlen, bevor wir ihn aus der Form entnehmen. Nach ungefähr einer halben Stunde mache ich das dann auch mal. Ich entferne hier mal den Ring. Geht alles wunderbar. Er löst sich auch super vom Boden. Also da gab es auch nichts zu meckern. Ihr seht das hier schon. Man merkt aber auch gleich, dass er schon relativ flach ist. Also muss er sehr kompakt sein. Ich lasse ihn jetzt auf jeden Fall erstmal auskühlen, bis er wirklich schön kalt ist. Denn da kommt in der Mitte noch so eine Creme rein. Hierzu schneiden wir ihn doch mal in der Mitte durch. Einmal hier wieder vom Auskühlrost runter. Und dann komme ich mal mit meinem Messer. Schneide hier erstmal vorsichtig am Rand entlang. Und dann schneide ich das Teil noch durch, bis man zwei Hälften hat. Das Durchschneiden ging schon noch einigermaßen. Als man ihn dann aufgemacht hat, haben wir gesehen, was drin los ist. So schaut es innen aus. Das ist eine einzige feste Masse, wo extrem nach Olivenöl schmeckt. Also habt mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ihr könnt euch das sparen. Ersetzt das Öl durch Butter, wenn ihr es ausprobieren wollt. Das war hier mal wieder eins der Rezepte, wo ich mir dachte, das ist so einfach. Das probiere ich vorher gar nicht aus. Das wird schon klappen. Aber ihr seht ja, das war jetzt nicht so der Hit. Wir geben jetzt hier erstmal noch etwas Sahn in eine Schüssel. Denn die Creme ziehen wir trotzdem durch. Ich habe hier einfach Dr. Oetker Paradies Creme genommen. Natürlich mit Vanillegeschmack. Die lässt sich immer relativ simpel zubereiten. Einfach aufschlagen mit dem Schneebesen ungefähr 2 Minuten. Dann ist das Ganze schön cremig und fest. Schaut jetzt dann mal so aus. Den Boden von dem Teig gebe ich dann hier mal auf einen Teller. Dann kommt auch schon die Creme darauf. Einfach mal hier in die Mitte einen schönen Batzen geben. Ich streiche das jetzt hier mal zu den Rändern dann leicht drunter. Wenn das ungefähr so ausschaut, kommt auch schon der Deckel drauf. Den drücke ich jetzt nochmal an und dann verteilt sich die Creme schon. Ihr seht hier schon, wie es die rausdrückt. An sich funktioniert das ganz gut. Wenn was übersteht, könnt ihr das ja mit dem Finger kurz abziehen. Dann gibt es noch so eine glatte Creme-Kante. Und dann wäre der Kuchen auch schon fertig. Ich muss sagen, optisch finde ich ihn ganz gut. Das mit der Creme und den Mandeln macht sich eigentlich ganz schön. Es gab jetzt beim Herstellen auch keine großen Komplikationen. Und man möchte sich hier auch gerne ein Stück runter schneiden. Das machen wir auch gleich mal. Ich gehe hier einfach mit dem Messer hinein. Man merkt dann allerdings schon, damit es etwas fester ist wie ein normaler Kuchen. Also mal schön vorsichtig runter drücken. Und man sieht hier schon, wie feucht bzw. ölig der Teig auch noch ist. Ich habe das natürlich auch probiert. Und mein Fall ist es nicht. Ich finde, es liegt eigentlich relativ schwer im Magen, dadurch, dass es sehr viel Öl ist. Es ist recht kompakt und dicht. Also empfehlen kann ich euch das nicht. Ich wollte es euch aber auf jeden Fall mal zeigen, damit ihr vielleicht mal seht, was Öl aus so einem Teig machen kann. Außerdem könnt ihr daraus vielleicht etwas lernen und Kuchen, wo so viel Öl drin ist, vielleicht lieber bleiben lassen. Wenn ihr natürlich wisst, warum das bei mir nichts geworden ist, außer das Öl durch Butter zu ersetzen, könnt ihr es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Vielleicht backe ich es dann nochmal nach und mache einen zweiten Teil. Ihr könnt gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Jetzt hoffe ich noch, habt ihr was gelernt. Ihr werdet es bestimmt nicht nachmachen. Und dann bis zum nächsten Mal.